Der Panther Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, daß er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Es geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört dem Herzen auf zu sein. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, daß er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Zum Glück bekommen wir in Zoos nicht mehr Raubkatzen in kleinen Käfigen zu sehen und wie sie in ihrem Bewegungsdrang und ihrer Unruhe endlos hin und her gehen. Dieses Verhalten ist so automatisiert, daß nach Vorstellung des Sprechers das Tier nichts mehr davon merkt, daß es selbst geht, sondern die Gitterstäbe sind es, die aus seiner Sicht vorübergehen und sich zu tausend Stäben aufaddieren. Die Müdigkeit des Blicks und die Unzahl an Stäben wird klanglich in wirklich ermüdenden Äs deutlich. Stäbe, Held, Stäbe, Gäbe, Stäben, Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Die Schönheit der Bewegung einer Raubkatze bleibt aber faszinierend in diesem Kontrast zwischen weicher Geschmeidigkeit auf der einen Seite und Kraft und Wille auf der anderen. Und in dieser Schönheit erscheint die Bewegung als Tanz. Dieser Tanz ist ein Hinweis auf das, was in diesem mächtigen Tier eigentlich schlummert. Ein großer Wille, dem aber die Möglichkeit zur Entfaltung so rigoros genommen ist, daß das Tier nicht einmal mehr etwas vom eigenen Willen spürt. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Ein Enjambement unterbricht den eintönigen Gang. Der Vorhang der Pupille ist wohl nicht das Augenlied, denn das Tier geht sicher nicht mit geschlossenen Augen. Es ist ein Wahrnehmungsschleier, der für einen Moment gelüftet wird. Es geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Das Tier bleibt für einen Moment stehen, weil etwas außerhalb des Käfigs tatsächlich seine Aufmerksamkeit erregte. Aber da es keine Chance hat, darauf in irgendeiner Weise zu reagieren, bleibt dieses Bild vollkommen sinnlos für das Tier. Es wird nicht verarbeitet, nicht gespeichert, es erstirbt genau dort, wo es eigentlich eine Empfindung hervorrufen sollte. Im Herzen. Denn Tod ist dieses Herz selbst. Wenn es eine Erle parl Stelle magist RIGHT wenn er herausfordert, das schleifen euch schon genug etwas wenn man dann wird jrigo millise, dasselbe mountt ist und zurückerllete ermutig der beginnt wieder in einer Erleungsschleinungskerten und zur Verfügung steifern. also will ich auch FOREF im Herzen HemYN beinhidade Presse der Mannschaft und W注 traffic ist sicher八pel Untertitelung des ZDF, 2020